Musik Sie hat sich gewünscht eine Anleitung zu bekommen für das Vor, was wir gestern gezeigt haben. Die erste Stufe ist, dass der Hund zwischen den Beinen steht, mit den Vorderfüßen auf einem Target. Super! Der zweite Schritt ist, dass das Target ein mini bisschen weiter vorne liegt. Von Vorteil wäre es, wenn der Hund rückwärts gehen auf Kommando kann, weil wir gleich eine... Klick! Go back! Komm mal rum! Target! Klick! Gleich eine Pendelbewegung einbauen. Klick! Klick! Das Target geht wieder ein Stückchen weiter vor. In der Mitte. Stopp! Back! Jawohl! Und Target vor. Klick! Back! Jawohl! Vor! Klick! Back! Und ab und zu nach vorne raus. Ich gehe ein Stückchen zurück. Dann ist das Target wieder weiter weg. Vor! Klick! Einmal füttern am Target. Und einmal zurück. Da ich nichts gesagt habe, bekommt sie nichts. Vor! Klick! 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 Back! Jawohl! Vor! Klick! Ab und zu nach vorne und wieder ein bisschen weiter zurück. Stopp! Geh vor! Klick! Klick! Back! Jawohl! Durch dieses Pendeln beim Vor und Back habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Hunde sich dort nicht so stark neigen zu drehen. Komm nochmal in die Mitte. Vor! Klick! Back! Home! Jawohl! Weil sie ja erwarten, dass ich sie rückwärts zwischen meine Beine schicke. Bielle vor! Klick! Und ab und zu wieder nach vorne rausgelohnen. Komm mal in die Mitte. Stopp! Geh vor! Schau! Klick! Vor! Back! Jawohl! Geh vor! Ist da ein Krümel runtergefallen? Vor! Pielle vor! Back home! Jawohl! Vor! Jawohl! Mitte! Habe ich was gesagt? Back home! Gut! Vor! Und das Pendel wird dann immer größer und immer weiter. Schwierig ist eigentlich nur der Moment. Vor! Klick! 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 Back home! Warte! Schwierig ist eigentlich der Moment, wo der Hund das erste Mal vorne rausgeht. Also bei der Bielle ungefähr hier. Bielle vor! Da fütter ich dann wirklich ganz, ganz viel und hole den Hund vielleicht auch mit dem Keks nochmal zurück. Inzwischen! Und fang dann sogar auch an. Back home! Jawohl! Und fang dann sogar auch an. Ich belohne die Bielle auch absichtlich, wenn sie, klick, den Kopf nach vorne tut. Klick! Klick! Das gehört für mich zur Übung mit dazu, dass der Hund halt nicht krumm dort steht und sich nach hinten umdreht. Das sieht kacke aus. Vor! Klick! Back home! Back home! Jawohl! Jetzt sind wir schon fast aus dem Bild raus. Bielle geht vor! Klick! Das war zwar ein bisschen schief, aber sie hat gut nachgedacht. Komm mal rum! Vor! Klick! Ein bisschen gerade stellen. Klick! Und gewartet, dass sie den Kopf gerade gemacht hat. Bielle vor! Super! Geh vor! Back home! Gut! Gucken, ob wir es noch gerade bekommen. Bielle geht vor! Vor! Klick! Vor! Oh, der war großartig! Das machen wir dann auch. Der hat gelernt, zu mir gucken ist Front. Geh mal da her, Stopp! Front! Vor! Yes! Gut gemacht! Das kann man dann auch noch draus machen. Viel Spaß dabei!